Ich habe eine kleine Sache zu reklamieren. Eben kam ein Kollege von mir, von der Toilette, und Sie werden es sich glauben, der kam vollkommen aufgelöst zu mir. Er ist viel Alkohol im Spiel. Ja, gerade bei der Frau hier. Und ich sage, ja, Sie können ruhig mal aufstehen. Dann ist mein Problemgast hier. Wir machen einfach mal gemeinsam einen kleinen Sehntest. Gucken Sie doch bitte mal hier auf das rote Tuch. Sie sehen doch nicht mal das rote Tuch. Ich fokussiere das für Sie mal hier. Mit dem rote Tuch machen wir jetzt einen kleinen Sehntest.